Willkommen zu mal wieder einer Runde Battlefield 4, aber heute Team Deathsmatch of Dragon Valley. Aber die 2015er Version, ja da gab es ein, im Prinzip, man kann sagen, Update. Es ist jetzt natürlich verschönert worden für Battlefield 4. Ich weiß nicht, ob es da noch Leute draußen gibt. Ich weiß nicht, ich wollte sagen, ich weiß nicht, ob es noch Leute draußen gibt, die noch die alte Dragon Valley Map kennen aus Battlefield 2 war die, glaube ich. Wenn ich mich irre, sorry, auch ich irre mich gerne mal. Ähm, ja, wir spielen heute hier mit dem Rotpunkt Visier und der Sniper. Ich probiere es zumindestens. Ich bin ein bisschen, man kann sagen, eingerostet, aber so richtig eingerostet, nicht nur ein bisschen. Deswegen erwartet nicht das übelst heftigste, mega crazy Gameplay tatsächlich. Ich probiere natürlich mein Bestes, so wie immer. Ah, da hätten wir eine Gegner, ne. Kommt schon. Ach, Jungs. Au, 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 au. Da muss ich mal weg, gell? Hab dich. Ich finde die Sniper mit Rotpunkt Visier einfach der Shit. Einfach der Shit. Oh Gott. Überall Gegner. Oh, ich bin ein bisschen konzentriert. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob ihr Battle 4 sehen wollt. Äh, wäre natürlich schön, wenn. Denn mir persönlich ist das ein Spiel, was mir Spaß macht. Ich bin so blöde. Wenn ich nicht aktuell übelst auf die Fresse bekomme. Ähm. Ich bin halt einfach eingerostet. Ist halt so, ne. Wo sind da jetzt Gegner? Sind da Gegner? Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Schön, schön. So, den habe ich gesehen. Ach, hinter mir. Oh, ich dachte seitwärts. Die sind überall. Überall. Überall sind die Gegner. Ich bin echt doof. Das Einzige, worüber ich froh bin, dass Weihnachten schon mal aktuell vorbei ist. Ähm. Mann. Ich spawne und sterbe wieder, oder was? Also, sorry, aber. Ernsthaft? Ich wurde Team gekillt. Ach so. Ja, geil. Ich wurde eben Team gekillt. Ja, danke. Bestes Team EU. Ah, da habe ich den Gegner eliminiert. Ah, schön, schön, schön. Oh, oh. Okay. Okay. Ich bin... Boah. Oh, ich habe ihn gehetschottet. Oh, ich habe noch einen gehetschottet. Oh, ich bin tot. Aber ich habe... hintereinander, zack, zack, zack. Ey. Aber es ist echt schwierig. Ich glaube, ich spiele auch gerade Hardcore, ne? Das ist so, wenn man das erste Mal wieder Battlefield spielt, nach Ewigkeiten bist du irgendwie richtig weg vom Fenster. So, du hast null Plan mehr als ich zumindest. Äh, dementsprechend lassen sich meine Reflexe auch zu wünschen übrig. Was mich aber interessiert, gibt es unter euch eigentlich so aktive Battlefield-Spieler noch? So, die richtig geil das Spiel noch suchen? Also, ich bin froh, dass bei meinem neuen PC es läuft flüssig durchgehend. 100, über 144 FPS maximal Einstellungen. Also, da bin ich ultra zufrieden mit. Wer hätte das gedacht? So, den habe ich da langlaufen gesehen. Den habe ich da auch langlaufen gesehen. Den Schlawiner. Oh, oh, war da gerade ein Gegner? Granate! Oh, den habe ich nur Ausrüstung beschädigt. Ah, jetzt habe ich den getötet. Ich würde gerne hier rumrennen. Einmal rum. So. Wie ich gerade, wie ich den gerade noch bekommen wollte, wenn ich noch gesehen habe, wie aus dem Winkel, wie er, ja, ich bin echt eingerostet. Das regt mich gerade voll auf. Wie gesagt, das Gute ist Weihnachten, das rum. Ich bin da immer so der Typ, ah, für mich ist Weihnachten immer so ein bisschen stressig, muss ich sagen. Äh, keine Ahnung, das ist immer zu, kann man sagen, zu viel für mich? Oder ist das zu hart ausgedrückt? Gut, gut, ich wollte nicht schießen, weil mein Kollege davor ist. Dementsprechend lebt der Fraggledeggle da hinten auch noch. Aber immer wenn ich... Komm schon, das ist doch noch... Läuer kommt hoch, ich bin jetzt tot. Ich dachte mir, ja, Snippers sind ein bisschen, ist bestimmt lustig. Ja gut, so lustig war das jetzt nicht. Ähm, ich probiere einfach mal mit einem normalen Sturmgewehr hier irgendwas zu machen. Den haben wir bekommen. Gerade wieder Angst, dass ich hier erschossen werde, jeden Moment. Ja, wow, meine Treffen, wie ich treffe, unbeschreiblich gut. Nein, 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 nein. Oh, nein, das ist... Aua, 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 aua. Ich geh mich retten, ich geh mich retten. Oh mein Gott. Tut mir leid, Bro, es war für die nationale Sicherheit. Du lebst aber wieder. Die Hälfte wäre geschafft, Männer. Ja. Bam. Kommt alle wieder her. Ja. Nein, ich wollte doch nur Menschenleben retten. Ich glaube, ich werde nie wieder Menschenleben versuchen zu retten. Das bringt mich nur in Schwierigkeiten, Mann. Ich bin mitten auf dem Feld, ne? Ich glaube, nimmer geht's nimmer. Tatsächlich. Ähm, würde gerne... Durch. Wow. Da war aber mal... Das war gerade irgendwie so ein Megareflex irgendwie. Das war gerade echt so ein Megareflex von mir. Einfach umdrehen und schießen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, ich muss immer versuchen, zwischen den Containern zu laufen einfach. Einfach ist gut gesagt, ne? Oh, wie dumm. Ich hätte einfach abdrücken sollen. Ich habe ihn noch gesehen. Ich wusste nicht, ob er weiter rennt oder durch den Container kommt. Ich hätte einfach abdrücken sollen. So, jetzt nochmal hier. Oh, von hinten. Oder wo sind die mittlerweile vorgerückt? Ja. Habe ich, äh, gut erwischt, den Kollegen. Auf jeden Fall. Den haben wir richtig gedrückt. Nicht. So. Ein Löffelchen für Papa. Oh ne, bitte nämlich nicht töten. Danke. Ich dachte, ich kriege den noch. Wir haben aber gute Kids gemacht. Also dafür, dass ich so das erste Mal seit Ewigkeiten wieder Battlefield spiele. Ich glaube, dafür ist das ganz gut, was wir hier gerade liefern. Tatsächlich. Nein, Kollegen. Lebt alle. Lebt euren Traum. Ah, Granate. Ob sie eine Granate werfen. Ja, Schrot. Ich glaube, die Leute, die in Hardcore Team Deathmatch mit Schrotflinte spielen, die haben im Real Life so einen kleinen. Also mal ernsthaft, oder? Ich glaube, die... Das ist doch das Lächerlichste, was man machen kann. In Hardcore Team Deathmatch mit Schrotflinte spielen. Hey, das ist ja... Hey, das ist ja... Das ist nicht mehr schön, Leute. Wow. Ey, nix erwischt. Nichts getroffen. Ich habe alles verballert und nichts getroffen. Boah, bin ich schlecht. So, wir können es doch probieren. Twice is at home. Los, los, los. Ich will doch irgendwen töten, Mann. Ich will meine Blutrache. Blutrache. Ah! Kollegen! Oh no! Von wo? Schrotflinte? Ich wurde einfach schon so unglaublich oft heute getinkelt. Das ist nicht normal, Leute. So. Ähm. Da haben wir endlich mal wieder einen Kill gemacht. Hätte ich ja für heute nicht gemütlich gehalten. So. Du mit deiner blöden Schrotflinte. Okay, der ist schon tot. Ich würde gerne einmal nachladen. Ich bin ja wieder in die Container. Nein! Oh, mit Raketen. Mit diesem Noob Tube Launcher. Genau wie die Schrotflintenspieler. Ich glaube, bevor ich jemanden noch großartig Kille habe, da habe ich die Gegner schon wieder gewonnen. Ich versuche mal irgendwie hier voranzukommen. Ohne vielleicht direkt auch die Frasse zu bekommen. Ähm. Oh! Da habe ich noch zwei geholt. Aus dem Nichts. Tötet mich eine Sniper. Wirklich aus dem Nichts. Ich war einst am Container. Ich wüsste nicht, woher. Und wir haben verloren. War ja klar, dass wir verlieren. Aber ich hoffe, euch hat das mal wieder gefallen. Das war meine erste Runde seit langem. Es hat super flüssig gelaufen. Ich bin echt zufrieden. Äh. Ja. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare eure Meinung schreiben. Ob es euch gefallen hat. Ob ihr mehr sehen wollt. Ich bin immer dafür offen. Wirklich. Lasst uns eine Bewertung. Dann einen Kommentar. Würde mich sehr, sehr freuen. Was habe ich eigentlich bekommen jetzt hier? Wie viele Kills habe ich gemacht? 31 Kills. Platz 2. Dafür, dass ich das erste Mal nach langem wieder gespielt habe. Ist das glaube ich gut. Gut. Vielen Dank.